Das war richtig lecker. Dann habe ich den Reis verbrannt. Like a fucking idiot. I burnt the fucking rice. Like a fucking idiot. So, ähm. Ja, ich habe den Reis dann in derselben Pfanne dann angebraten. Und, ja, irgendwie war da schon was drin, was scheinbar verbrannt war. So, äh, untersuchen. Achso, hier ist nochmal so eine. Beef Jerky selber machen. Uh, tricky. Aber brauchst du, aber brauchst du dafür nicht, äh, ein Dings? Ein Gerät zum Dehydrieren? Für Beef Jerky? Ich habe ganz vergessen, dass du hier bist. Ah, ja, stimmt. Hier kriegt man ja, von ihm kriegt man ja die ganzen DLCs. Wo ist denn die... Habt ihr eine Side-Story für mich? Ne, ihr seid scheinbar nur am Kiffen. Jetzt kannst du auch deinen Ofen benutzen. Ah. Hä? Was war das? Was war da nicht? Der hier? Doch, scheinbar schon. Okay, ich... Okay, warte mal. Ich gucke mal oben. Oben habe ich ja noch nicht geguckt. Meint ihr jetzt mir irgendwo... Hier soll noch eine Side-Story sein. Die soll aber ein bisschen versteckt sein. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Okay. Ne, lass mal. So, ich posten, schon. Dafür ist der Server ja da. Und er ist tot. Schreibblockade. Feuerabendküche. Who adds me? Feuerabendküche? Ah, hier. Beef Turkey selber machen. Das gucke ich mir tatsächlich kurz einmal an. Sekunde einmal. Das interessiert mich gerade. Rindfleisch, Roulade. Okay. Fair. Pfefferkörner. Das sind genau sechs Pfefferkörner. Nicht ein Körnchen mehr. Thymian Oregano habe ich. Wurst, schnisch, 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 schnisch. Und Sojasauce. Zwiebeln und Knoblauch. Ja, das ist doch easy. Weißt du, das ist einfach ein Dings simpel. Und dann das Rezept an sich ist ein halbes Buch. Furstersauce. Wurst, schnisch, 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 schnisch. Ich kann's auch nie. Ich weiß es auch nicht. Wurst, schnisch, schnisch. Scheiße, wurscht. Ich hab halt echt Bock mal wieder was richtig Aufwändiges zu backen irgendwie Und dann kriegt der Gedanke Dass ich jetzt eine Woche keinen Sport gemacht hab Und nicht konnte Zwei Wochen bald Weil ich hab gesagt, das mach ich diese Woche lieber auch noch nicht Als ich heute gemerkt hab, dass ich die Treppen Einfach nur wieder hoch bin Und mir der Atem weggeblieben ist Er hat gesagt Nee, lass mal lieber die Woche noch aus Ah Ja, das ist ein Sidequest Stream heute Nochmal so alles abhaken Was wir, so viel abhaken, wie wir können Bevor wir dann morgen oder übermorgen Oder über übermorgen Das Finale angehen Gut, also, achso Wollen wir später wieder Wir haben schließlich noch mehr als genug zu tun Ich mein, noch müssten wir auch nicht zu Haruka Oh mein Gott Wahrscheinlich können wir da jetzt schon wieder hin, aber Hallo Freunde Ihr möchtet doch bestimmt eure Schwerter spenden Gib mir das mal her, bevor du dir noch wehtust Look at mir doch mal her, was du mir... Scheiße, ich schwerter Ich bin glaube, das war das Lass uns immer eine Handwerke Da ist es noch nicht so gut, sondern es gibt es auch noch etwas Hey, Maxi. Wir müssen halt mehr Brawler benutzen. Das muss gelevelt werden, leider. Jetzt muss man ein bisschen nachkommen. Wofür haben wir jetzt gerade 15k bekommen? Oh, cool. Leute in Unterhosen. Oh, ihr habt Waffen? Oh, das ist aber schön. Ich auch. Diese Handfeuerwaffe sieht so scheiße aus. Wir brauchen eine neue ASAP. Ich habe ganz vergessen, dass wir Dengie haben, alter. Oh ja, komm, Big Puls. Big Puls. Yo, ich habe keine Ahnung, wer du bist, though. Alter, Hauptsache noch ein Legendary. Ist richtig. Der ist aus 3? Ach, Rikia soll... Ach, oh, lol. Lol, es ist Rikia. Now I remember. Ich habe so viel aus 3 verdrängt. You know what? Ich glaube, das ist besser als dieser Gun-Kram. Ja, wobei den... Ne, die Dimensionsklinge bleibt. Tatsache... Ja, das ist er doch. Yeah, sure, why not? Alter, jetzt haben wir schon 2 Legendaries. Es fühlt sich irgendwie an, als ob ich... Weißt du, ich habe einen Legendary-Pull, ne? Aber es fühlt sich an, als ob ich den schlechtesten Legendary-Pull von allen gezogen habe. Stimmt, die Side-Quests gibt es ja noch. Bitte stellt euch... Okay. Okay. Ryuma Sushi Check. Wenn du ein Pokémon haben könntest, welchen Typ würdest du bevor zu... Bevor zu, by the way, haben? Wenn du ein Pokémon... Also, fragst du mich jetzt, ob ich ein Pokémon... Wenn ich ein Pokémon haben könnte, oder welchen Typen jetzt? Das ist mir verwirrt. Einen Typen. Probable Typ Drache. Du hast so diesen... Diesen Aspekt von einem Feuertypen. But they can fly. Most of them. Some of them. Subtyp? Subtyp. Subtyp. Say water. Oder halt Drache flug. Dass man dann wirklich so den... Den... Die... Die Stelle runter geht. Jetzt muss ich hier ernsthaft später wieder hin. I forgot the dog. Hier, Kleiner, hab ne Gurke. Der letzte Hund, den hab ich ja ganz vergessen. Die ganze Zeit. Heutiger Stream, komm später wieder Simulator. Ja... Ich will ja... Hallo? Ich will ja. Ich glaube, ich will ja... Ja, ich sag mal so, mit dem Truppenführer, den wir haben, macht das schon ein bisschen mehr Damage. Aber den erstmal abhaben, ist halt so eine Sache. Ist er schon wieder, oder? Achso, hier steht gar nicht ein... Achso, hier steht gar nicht ein... Roller macht halt echt so wenig Damage. Du bist so ein Penner. Na los. Jetzt reicht's. Wieso? Alter. Wand, Wand, Gesicht. Naja, dieses Pokémon Fusion Ding, da haben wir auch schon mal gehört. Ich glaube, er hat den wieder auf unsere Füße gehört. Bevor ich den Power-Move habe. Ich glaube, hier steht gar nichtend. Ich bin ja, das in der Größenordnung. Wir hattenen einfach nur ein paar Sequen. Ich bin ja, das in die Türste. Ich bin ja, das in der Türste. Ich bin ja. Wir hatte uns überquarts. Aber das ist ein Mal. Leute damit fertig zu machen dauert so noch mal lange gut dann gehen wir halt noch mal zum zur herberge zurück wenn ich so dann so nicht wahr oh hallo mein freund warum musst du ein speer haben das ist ein schicksal das ist ein schicksal dafür dass du einen verdammten speer hast du penner da findest du die jetzt schon mal kannst leute easy entwaffnen und dann rennen die mit dem speer rum wie unhöflich speere kann ich nicht entwaffnen gut speere wären jetzt auch nichts wert also so yes Also der Typ hat die Storyline zu Stray geschrieben, verstehe ich schon. Oh, wait, that was useless. 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 Das sind gerade schöne Sub-Stories, die wir haben. Das ist immer dieses Alter, sag ich dir später. Alle Charaktere haben auf einmal heute dieses Helena-Syndrom. Das Gefühl, der Typ, der da im Wasser sonst immer war, der ist despawned. Oh, oh, das ist ein Drop. Ich nehme ihn mit. Ja, keine Sorge, dich nehme ich mit. Versuch's nochmal. Okay, dann doch nicht. Gibt das her? There was a lot of damage. Die quasselnde Frau gibt's auch, Leute. Die haben wir doch gemacht schon, die Storyline. Big Puls, Big Puls, Big Puls. Alle. Da stehen schon wieder so viele. Hast du? Nee, egal. Okay. 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 Ich bin jetzt von der Ahnung. Alter Das ist eure Schuld Das ist gut, dass wir uns nochmal um den Hund kümmern Hier, hab noch ne Gurke Ich glaube ein oder zweimal noch Ich hab gerade für ne Sekunde gedacht Triumat gesagt, was ist da los? Ne, jetzt falle ich aber hier in den Loop Ne, jetzt muss ich erstmal woanders hin Ich muss aus diesem Loop raus Gibt's denn noch irgendwas, was wir machen könnten? Kumaki würde ich jetzt ungern nochmal versuchen Tatsächlich Der nächste Kram wäre jetzt erst wieder hier oben Überall Ich meine, wir können mit der Gondel fahren Quatsch, warte mal Gondel ist doch hier Ne, hier? Ne Doch ne Nö, ihr seid unwichtig So, ihr bringt mich doch bitte einmal hier Einmal in den Norden, bitte Wir fallen in die Definition von Wahnsinn Basically, yes Deswegen, wir kommen da nachher nochmal hin Wenn der Typ mir seinen Sushi halt nicht verkaufen will Dann gut, fine, whatever See if he likes it Eh? Eh? Was ist das? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Das ist illegal, du weißt! No! Family. Going with a safe bet. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Ach, das war also basically... Ja, das ist einfach die maximale Bindung zu ihr gewesen. Trifft sich gut, dass wir das aber gerade hier sind, weil... Ich glaube... Also erstmal... Thanks Jesus! Hoffentlich, bitte kriege ich Sushi. Okay... So... Und einmal den Laden auf Maximum. So, ich gebe jetzt mal noch nix aus. Tugendbremse... Alter, uns fehlt echt nicht mehr viel. Uns fehlt noch die Tugendbremse. Das letzte Teil fürs Haus. Da ist ein Doktor. Ist er das? Warte mal. So... So, was hast du jetzt noch mit drinne? Die Teller hatten wir schon. Die... Das sind die Upgrade-Sachen. Oh, aber dafür gibt es jetzt halt noch die hier. Das sind nochmal die ganz guten Sachen. Kosten aber auch 10k. Heiliges Holz. Hohoho. Für 1800 nur? Huh. Not bad. It's not bad shit you got here. So, gut. Wir haben ja hier oben noch eine Side-Story, die wir immer machen können. Inklusive dem... Oh, nee. Oh, die laufenden Vögel da, ey. Okay. Oh. Oh, nein. Nicht traurige Yakuza-Musik. Sieg. Das war's für heute. Das war's für heute. Rihoma, du kriegst zu viel mit in deinem Leben. Oh, Kohle. Das ist auch eine See-You-Later-Story. Das war's für heute. Fair, Tempel war ich gerade. Ich find's ja, by the way, interessant, ne? Diese Stadt hat vor kurzem noch lichterloh gebrannt und jetzt ist alles wieder normal. Ah, ich seh schon. Freiwillige aus dem Publikum, sehr schön. Ich wollte eigentlich... Eigentlich wollte ich nicht so super High-Up-Move machen, aber... Was passiert ist, ist passiert. Gib mir dein Schwert. Schwert oder Niere? Das ist meine Lieblings-Gameshow. Schwert oder Niere? Meistens gewinne ich. So, come on. Big Pulse. Big Pulse. Big Pulse, Kinders. Big Pulse. Big Pulse. Big Pulse. Das ist Kanon-Futter. Aber im Bronzehammer. Bronzehammer ist pretty neat. Reoma, ich weiß nicht, ob das die beste Methode ist, jemanden anzusprechen. Vor allem nicht, wenn du fast zwei Köpfe größer bist und zwei Schwerter hast und ne Gun. Mhm. Okay. BASED Äh? 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 Das ist wahr, wenn du so eine so eine Information hast, dass du weißt, dass die Zeit limitiert ist, die du mit jemandem verbringen kannst. Das hinterlässt einen Dämpfer. Reuma ist einer der wenigen Leute, wo in so eine Situation verwickelt wird und sich dann sagt, ich sollte mal nachgucken, ob alles okay ist. Spoiler, in den meisten Zeiten ist nicht alles okay. 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 Wie kommt er von der Seite? Hinterher. Ich komme euch holen. Also entweder bin ich so schnell oder die sind so schlecht. Eins von beiden. Okay. 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 Wir brauchen sie hier. Wir haben sie hier. Wir brauchen sie in der Seite. Was ist das? Oh, that's cute Oh, sick Oh, that's cute Ich glaube, wir können mal so langsam wieder zurücklaufen Wobei, wir könnten eigentlich, wenn wir jetzt schon mal hier sind Den Gunman nochmal wegböllern Nee, ihr seid nicht rekrutierbar, ihr seid useless Oder Ich glaube, wir können mal hier sein Wo bin ich hier schon wieder reingeladen? Wo bin ich, wo bin ich? Ohi. Ohi. Danke dir für die Schwende, Falco. Und Moinsen. Das ist, this is some Shurai Pipi shit. Mm-hmm. Netta Hammer. Boing. Das war's für heute. Hm? What? Radioaktiver Gartenzwerg. Radioaktiver Gartenzwerg. Radioaktiver Gartenzwerg. Meine Güte. Den kriegst du ja nie voll. Fühlt schon 30 Mal bei dem gewesen. Äh, wo war jetzt noch mal... Ne, das war Strohhupending. Achso, jetzt noch mal runter. Okay, gotcha. Seid ihr zufällig? Uh, rekrutierbarer, man. Komm doch mal her. Alter, das ist ein Speer. Kann ja, ich entwaffne. Du musst das Ding auch benutzen. Ich glaub, ich hab schon wieder 20 von diesen Rüst... Von diesen Basic-Schwertern. Ich sammel die Dinge, wie andere Leute Briefmarken. Come on, Big Pull. Yo! Nischani! What the fuck? Yo! Yo, das ist... Das ist der Biggest Pull, den wir bislang hatten. Fuckin' Nischani! Fuckin' Big Pulls, Alter. Der kommt... Ja, du bist dafür nicht mehr wichtig genug, Alter. Das ist definitiv... ...besser. Fuckin' Nischani, Alter. Majima bevor Majima Majima war. Ah ja, das ist ein... ...ganz großer Pull. Ah, ne, ne, muss mich, ne. Ich bin da, ich bin da. Lass, lass tun. Alter. Die ganz großen Pulls... Das ist der zweite Legendary heute schon. Das ist der Ausgleich für fucking... ...äh, yaki-kaki da. Yes. Yes. Weißt du, das ist immer, dass bei den Bildern von den Einheiten ist das immer so interessant. Du, du erkennst die zuerst gar nicht. Das Gesicht kommt dir bekannt vor. Aber dann ist das so... Nischani, weißt du, den haben wir seit Yakuza Zero nicht gesehen. I mean, because he's dead, but, you know. Oh, no. Ich sag ja, William sieht echt ein bisschen aus wie Leon. Also zumindest halt das Special B-Outfit. Oh, das schlatsch. Das war's für heute. Das ist Binkig. Ich hab mir einfach getreten. Blöd. Eilrücken geschossen. Ich hab mir einfach getreten. Ich hab mir einfach getreten. Geh. Höhöhöh. Höhöhöh. Shit. Bende, Doc. Schöner Boden. Alles some sad-Stories heute, aber wollen wir eigentlich nur Sushi? Ja, Lufe. Äh, zwei Big Puls tatsächlich. Zeig ich dir gleich mal. Ja. Yes. Haha. Äh, ich hab zwei echt geile Big Puls. Ich hab einmal... Okay, ein. Ich hab einmal Rikia. Rikia hab ich zuerst gezogen und fucking Nishtani. Der Nishtani-Pull einfach. Und Denji kennen wir ja schon. Buch der Offenbarung. Laufen. Ah, okay. Also die Sides... The Sides-Business ist basically auch done. Sprungsschüsse aus, um die Technik zu erlernen. Huh. Na, ist Sora. Ja, und das Brawler-Buch, da muss ich sowieso erstmal gucken. Ich hab gar keine Ahnung, welcher Move das sein soll. Willst du nicht mal singen gehen? Äh, was? Singen gehen, der Parry, was? Oh, ich verkloppe ich gleich Sekunde. Äh, laufen ist halt das. Phoenix-Extase haben wir. Kriegsschreikonter. Was zum Fick ist Kriegsschreikonter? Der Parry? Achso. Ja, war ich wach mal noch ein bisschen. Funktioniert halt nur manchmal, ne? Müssen wir halt ein bisschen Amai machen. Oh Gott. Hallo? Hallo? Slap. Ich find's geil, wie selbst mit Waffen das Ding kein Damage macht. Oh mein Gott, das ist ja gar kein Damage. Na komm. Na komm, hart auf. Das sind auch ein paar viele. Rollen wir mal ein bisschen auf hier. Ja, ich hab tatsächlich keine Lust zu sterben hier. Ja, so... Ja, ich hab tatsächlich. Ja, ich hab tatsächlich. Ja, ich hab tatsächlich. das war schon ein bisschen naja was ist denn das gerade ja geht doch mit los mit hier man darf sagen wir echt nicht zu lange halten sonst ja okay zu kurz ist scheinbar auch nicht okay gott deswegen wie lange wie viele wollt ihr denn noch ein bisschen health wiederholen hier mir fällt mal so auf der der ganze brawler macht ziemlich viel frage richten Du bist so gut? 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 so wie viele wollte denn noch haben wir es denn jetzt mal jetzt mal das auch in ein zwei pfeil gemacht das kostet nicht langsam zu viel ne fuck this was soll ich die ganze Zeit singen was willst du denn rennen wir jetzt nicht ganz zum Karaoke nach unten yo okay Tendo gut kriegen wir auch noch Tendo because why not der dritte Legendary Pull heute was für ein Duett singen wir können nicht Duett singen das haben wir doch schon mal versucht das haben wir schon mal versucht als wenn wir Majima unterwegs waren warum sollst du mich anlösen es geht hallo ich habe nicht gesagt dass du lügst aber warum sollte es jetzt anders sein ich schwöre dir okay folgendes ich renne jetzt extra zurück ne ich renne jetzt extra zurück putting your life on the line here so kann ich dann mit dieser einen Person reden so kann ich dann mit dieser einen Person reden lol okay mit denen geht das jetzt scheinbar why is he so achso jetzt chillt ihr hier einfach gut ich habe nichts gesagt es ist ungewohnt ihn in sauberen Klamotten zu sehen alter wir spielen nur auf leidenschaftlich was anderes gibt es nicht ich versuche ihn nicht zu wissen kinnen kinnen w kinnen w kinnen w Das war's für heute. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich habe glaube ich noch ein, zwei Lieder noch nicht ausprobiert. Achso, ich darf nicht aussuchen. Fair. Ach du Scheiße. Oh Gott, it's the world's slowest song. Oh mein Gott. Wenn ich eins hasse, dass die so schnell das Tempo wechseln. What the framerate? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hey, das ist immer so, das hat mich an Yakuza Karaoke Mini Games immer so ein bisschen gestört. Und der Speed von den Songs manchmal einfach so richtig skyrocketet, ohne wirklichen Grund. Und du dir dann denkst so, what the fuck? What the fuck? Was singst du für einen Song? Sure. Weißt du, dann gucken wir uns erstmal die Duets an, wenn wir schon mal da sind. To be honest, ich glaube das schlechteste, warte mal, es gab ein Song, also ein Karaoke Mini Spiel, wo du richtig, wo es richtig auf die Augen gegangen ist. I don't remember, ich glaube es war sechs. Sechs hat das echt ekelhaft geregelt irgendwie. Oh Gott. Ich sehe schon eine Wall-Obsnoten. Seine Stimme, doch. Ich sehe schon eine Wall-Obsnoten. Nein, nein, nein. Nein, nein. Gelächter Muss ich dann den selben Song wieder singen? Ich hoffe nicht. Och Mann, warum singe ich denn immer fucking Ichi Sakura? Nochmal Baum! Baum die zweite! Musik 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 Das war's. Das war's. Resi 4 wird ein Albtraum. Ich weiß, jetzt nochmal, gerade off-topic. Resi 4 dürfte ziemlich schwierig werden. Weil das, die PS4-Version hätte eigentlich gar nicht existieren sollen. And yet it will. Das macht einen so ein bisschen, das ist ein bisschen Besorgniserregend, to be honest. Aber ich will's auf einer Konsole haben. Ich will Resi nicht auf dem PC spielen. Resi 8 war so... Och. Du hast so... Wer bist du überhaupt? Aber ich singe nicht selber nochmal. Ich hab keinen Bock auf noch mehr Baum. Oh mein Gott, das ist der weltlangsamste Song. Und gleich geht der Toro. Ich seh's kommen. Ja. Yo. Sie hat eine superschöne Stimme. Scheiße. Oh mein Gott, der Part war fies. Oh mein Gott, der Part war fies. Stimmt, das ist Hanna. Oh, trotzdem noch 90. Nice. Nein. Ähm... Ne, bezüglich Resi 4. Ich will's nicht auf PC haben. Resi 8 war schon... Pain in the ass, weißt du? Ich will nochmal kurz gucken, ob uns noch andere Songs auf 90 fehlen. Ich will mal kurz gucken. Ähm... Ähm... Like... Äh... Äh... Äh, zwei sogar. Edler Samurai und, ähm... Der Bauch ruft, what? Ähm... Ich weiß auf jeden Fall, Resi 4 wird um einiges höhere Anforderungen haben. Also nochmal um ein... Äh, nochmal höhere. Und das ist für Streams... It's a pain in the ass and I don't want to deal with that. Machen wir erstmal den hier. Gucken wir mal, ob ich die jetzt auf 90 schaffe. Das wäre ja nice. Beginnen mit Dreiecksstadt. umuz reinforce. Dementsomorph. Kommne hier in die Kirche. Wir versuchen, wir wollen es besonders auf jeden Fall ein Beziehen. ail出来. Zweig... Jed ich Somehow... W DOD właśnie Ihr Name並 någonting. H好了... Als Second goal. Erm sent maintenant... dann Ensuite. Wenn es Das ist auch nicht schlecht, der Song. Fuck. Ich bin wach, ich bin wach. Yeah, nice. Obwohl ich eigentlich ordentlich was vergeigt habe sogar. Da waren zwei ziemlich heftige Fehler drin. Ja, komm. Ein Song fehlt noch. Da kann ich nur singen? Okay. Ups. Whoa, 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 whoa. Um. Stop. 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 Jetzt. Jetzt ist es SFW. Holy shit, ist das so schnell. You're sure about that? You're sure about that? Holy shit, ist dieser Song schnell. Ich wünschte, ihr könnt das sehen. Ich find's schön, wie die Hälfte meiner Inputs nicht gelesen werden. Ja, okay, es ist ziemlich safe, but Jesus Christ, dieser Song ist fucking undoable. Spaßbremse, more like this song is not fucking doable. Was ist denn jetzt hier mit Streamlabs los? Like, what the fuck? Warte mal. Geh doch da jetzt wieder hin, du Mistgerät. Whatever. Okay, nee, ich mach den Song nochmal. Ich hab zwar die Trophäe bekommen, ohne dass ihr sehnsig wollte. Ich zeig euch jetzt mal den Song, wie der Hard-Up geht. Dieser Song ist auf Crack. Kannst du nur auf normaler Schwierigkeitsgrad spielen auch. Also nur auf einem Eilen, da gibt's nichts anderes. Und der ist absolut cracked. Schöne Haare, doch. Konzentriert euch nur auf die Noten, Leute. Die Inputs werden so schnell gar nicht gelesen, hab ich das Gefühl. Das ist gut. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Trotzdem habe ich die Zugang so wenig. Ich habe all deine Songs. Ich habe die Trophäe dafür bekommen. What the fuck? Alter, alle Songs sind legit super machbar. Selbst auf höheren Schwierigkeitsgraden. Und dann kommt der Song und geht komplett Crystal Meth. Was ist hier? Ne, es war eine Straße weiter. Jetzt will ich aber das Sushi. Was? Was? Was ist hier? Oh, hell. Oh, hell yeah. Ein einziges Stück. Ein ganzes Sushi. Wie viel bereitet der bitte vor? Zwei Rollen? Oh, ernsthaft? Oh, jetzt ist es vorbei. Komm, dich holen. Er ist wieder aufgestanden. Er hat wieder hingelegt. Er ist wieder aufgestanden. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh Seriously Dafür kriege ich jetzt legit gar nichts. Seriously? Oh, eat my ass. Wie ist das jetzt eigentlich? Wenn ich jetzt zu Haruka gehe, ist das jetzt Groß-Story-Mission oder ist das mehr so kleiner Side-Stuff? Ich meine, ich müsste jetzt nicht zu ihr, aber... Bindung und so. Ne, ist nichts Großes. Okay. Also könnten wir heute auch nochmal zu Haruka, if necessary. So, so vor, da ist hier mit jedem Tag mehr Papier auf dem Boden. Wo? Oh, okay. Okay. Tiefer Ausschnitt. Go for the... the brain-dead one. Ei, 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 Kollege. Eine Sache, die wir auch mal machen könnten. Wir haben das Kolosseum noch gar nicht wirklich mal gemacht. Wir haben einen Fight gehabt und den haben wir kolossal verloren. Yes. Aber da wir gerade sowieso hier auf der Ecke sind... Ne, eine Sache möchte ich vorher noch erledigen. Da fehlt auch noch die Sache mit dem... der Typ mit dem Dojo. What about cock racing? Yeah, what about... Ich kann mein Geld anders verschwenden. Ich poker lieber auf Mayong, da weiß ich, was ich tue. Typ dir nicht. Ja, wobei, ich brauche noch... Ich weiß. Erstmal ein bisschen aufräumen. Ich habe für eine Sekunde gedacht, das One-Shotted jetzt alle. Ihr müsst euch jetzt auch mal... Dürft euch jetzt auch mal nicht so anstellen. Na komm, da komm. Das ist mir ein bisschen zu krass. Ich haue euch mal kaputt. Oder zumindest ich die Trempe runter. Hallo. 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 man ja 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 komm martin Naja, Cockracing ist mir nicht lukrativ genug, to be honest Ich will doch nur den Hund Ihr Sackgesichter Ne, verdammt das Uh War doch nie noch ein anderer, ne So, komm Diskutier nicht mit mir Das braucht eine ganze Menge Oh, na wunderbar Hier, hab ein Rettich Oh Danke, Frau Nein, nicht die Sad Music Boi Oh, oh, oh. Mami, cha-cha, hachi, hachi. Ihr könnt mich auch in Ruhe lassen, ja, ja, ihr könnt mich auch in Ruhe lassen. Ich trage mich zu dem nächsten Restaurant, auch wenn es mich umbringt, I don't care. Stimmt, ich erinnere mich halt nicht mehr so viel an Yakuza, äh, an Yakuza 3. Ich habe auch den Typen auch vorhin erstmal nicht erkannt. Einmal alles. 1300, ja, locker. Das ist genauso wie, als ich hier Nishtani bekommen habe, ne? Habe ich ihn auch zuerst nicht erkannt. Erst jetzt, als ich hier, ähm, als ich dann den Namen gelesen habe, habe ich gesagt, Moment mal, Nishtani, das ist doch hier Yakuza Zero. So, jetzt habe ich aber, gehe ich nochmal zu dem, wir sind gerade hier bei ihm. Vielleicht ist da hier jetzt mal das Ende mit dem. Weil, holy shit, ist das ja eine langziehende Story. Ja, 3 ist für mich jetzt schon ein gutes Stück her. Zero ja noch weiter. Zero war 2019, 18? Äh, nicht so viel. Okay, wir haben jetzt den, den letzten Hund quasi. Wir haben eine Menge Karaoke gemacht. Äh, die, die Gangster Side Story haben wir durch. Europäischer Stoff? Freund von Fusili. Das ging auf einmal schnell zu Ende. Nee, die neue Bounty Mission habe ich auch noch nicht gemacht. Deswegen, ich glaube, How about this? Wir gehen jetzt mal nach Dings zurück. In die, in die Gümmelstadt. Dann kann ich mir sowieso nämlich mal auf das Kolosseum nochmal angucken. Beziehungsweise, das Kolosseum dürfte ja jetzt um einiges machbarer für uns sein. Fuck. Ja, 500, whatever. Geht von hier aus schneller. Ja, ich bin schon am überlegen, welches Schwert ich für die, für die Arena nehme. Wo ich denn was Feuer schwert, ist natürlich dementsprechend gut, weil es halt, ja, sehr viel Stunt. Ja, ich bin schon am Ende. Ja, ich bin schon am Ende. Und du? Und du? Ami. 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 Ja, ja, du hast Angst. Los. Los. So, steh auf. Meine Güte, wie oft soll ich das denn noch machen? Wieso countert er das denn manchmal nicht? Ich verstehe es meine. Manchmal countert er es einfach nicht. Shit's weird. Brawler ist super weird. Ja, don't worry, ich habe eine Gurke für dich. Doch, Gurken. Hab Wasser. Kasernenmission könnten wir auch nochmal machen irgendwann heute. Was? 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 Ich habe das... Das ist fucking sick Das war im vorletzten Stream echt? Ah Vielleicht solltest du einfach mal die Holzpfeile aus deinem Rücken nehmen Zierkarpfenamulett Zierkarpfenamulett Ah ne, nicht Soldaten erhöht die häufigkeit von straßen kämpfen ja dafür nicht so mit den cool tatsächlich es bringt doch nicht so viel mehr verteidigung muss man unsere handschuhe langsam verbessern was ist denn dein problem you're not that bad Allein entweder gefallen in Rage oder leiden schweren Schaden You're unique Ich sollte echt mal mit anfangen, mehr mit Leuten einfach auf der Straße zu reden Das erweist sich doch noch als häufig nützlich LOL Was ist das, Rio? Im Süden von Fushimichiban Nochmal wieder zwei Idioten, nach denen man so dann und wann mal Ausschau halten kann So Die Arena war doch Mama, wo war die Arena nochmal? Die war hier, oder? Ja Ich hab so viele Schwerter mittlerweile, ne? Ach stimmt, das ist das Schwert, was wir von ISO bekommen haben Das macht Poison Damage, wa? Eat Hi Make 是 Unt ELike E E E E Oh. Das sind immer 5 Runden, gotcha. Sperrcamper, sei mal so in Neuengen, Alter. Hey, Leute, machen mir kaum noch Schaden. Oh, so ein Speerfuzzi. Ja, also Feuer elementar ist ja mal übelst, Bro. Ge-Gamann. Achso, ich habe ja mal nur eine Chance. Das Ergo, ich habe die ganze Zeit gerade gar nichts bekommen. Lol. Oh, das ist Rematch gegen den Penner. Do you remember me? Scheiße, wenn man am anderen Ende ist, wa? Warte mal, kann ich mir... Den kann ich gar nicht entwaffnen. Ja, dachte ich mir schon. Das wäre auch ein bisschen overpowered gewesen, wenn du dir einfach Leute hier entwaffnen könntest. 3000 Mon, ernsthaft? Ich will mal wissen, was das jetzt genau ist. Das haben wir ja letztes Mal gar nicht gemacht. Ist es legit einfach 100 Leute kloppen? Apparently, yes. Ich darf auch nicht wechseln. Oh boy. Oh my god, das leg geht schon. Oh my god, das leg geht schon. Oh my god. Tschüss, Framerate. Ich habe dich eh nicht gewollt. Ich habe dich nicht gewollt. da war es auch 90 da werde ich irgendwie auf Heat Level 5 kommen oder 4 war das, ich glaube da gab es ja auch schon das mit Brawler dauert ja ewig ja und da kommen immer wieder Bosse dazu huiuiui ja warum wusste ich das gerade nicht? das ist 5 Bars für 1? für ein Single Target? wow, that is fucking useless ist viel Schaden, ja viel Schaden an einem fucking Normie, den ich innerhalb von einer Kombo wegkriege auf höchster Stufe, what? darf ich mich überhaupt heilen? darf ich überhaupt hier irgendwas? ne ich darf auch die Ausrüstung nicht ändern, oh Gott war zu erwarten so wir sind gerade mal halb durch ich glaube für die Langkämpfe wäre doch hier tatsächlich unser Lifesteal Blade besser einfach damit man besseren Sustain hat das ist ich glaube ich glaube ich glaube dass und ich glaube ich glaube Oh ja, du bist ja ein ganz lustiger Oh ja, schieß noch weiter, bitte Oh ja, bitte Oh ja, das ist fair Oh, das ist ein schöner Stunlock Ja, eigentlich brauche ich gleich weitermachen Weil jeder Meisten Kleinkram würde mich jetzt töten Der hätte mir jetzt gerade einfach mal Ein gutes Stück von meinem Leben einfach Durch den Stunlock genommen Ja, ich war glaube ich auf 50% Jetzt habe ich einen Fingernagel Ja, also für die Hunderter Fall So weit ich mit dem Schwert rumlaufe Eindeutig Muramasa Freitänzer hat noch nicht unbedingt gute Optionen für Multiple For multiple Heat Options Ein paar gute Single Target Sachen, aber Oh Gott, was bist du denn jetzt für ein Clown Oh Gott Oh oh Ja, der hält zum Glück auch nicht viel aus Skalieren die Gegner hier Je länger das Ganze geht, oder was Ja, der hat mich währenddessen erschossen Wunderbar Oh mein Gott Ja, das macht Spaß Ohne Muramasa kann ich das knicken Gibt es dafür wenigstens irgendwas Nevermind Das ist gar nicht mal wenig Drei Ryu dafür Mit was spawnst du mich jetzt wieder mit Oh ne, man spawnen mit der Leben, wo man hier reingeht Fast zu schade, um es zu essen Ja, ne, dann Gucken wir mal ein bisschen Mehr Geld gibt Da ist Liebe drin. Ja, Liebe kann man nicht essen. Ja, die Runde schaffe ich auch noch so. Beim dritten packe ich das Lifesteal-Sword aus. Hallo? You acting cringe. Ach, der hat ein Lifesteal-Blade. Heilt sich damit aber einen Scheiß. Keine Gegenstände. Das ist so eine Chance, keine Gegenstände zu bekommen. This man doesn't care. Ich find's immer schön. Diesen Move, diesen Kraftkampf, den kannst du nur verlieren. Wenn du ihn verlierst, nimmst du Damage. Wenn du gewinnst, kriegst du gar nichts. Ich denke, deine Runde so. Ich finde, deine Runde so. Ich find's nicht mehr, ich finde, du wunderschst. Ich finde, deine Runde so. Ich finde, deine Runde so. Ich finde, deine Runde so. Also ich glaube für die Turnierkämpfe ist legit das Feuerschwert besser. Aber für die 100-Mann-Runden ist glaube ich das Lifestrain-Ding um einiges besser. Was denkst du, für wen hältst du dich hier eigentlich? Kannst liegen bleiben. Was denkst du? Was denkst du? Nur ist Ruhe. Oh, eine neue Schraube. Ja, bitte gib mir mehr Zeug, mit dem ich schon lange nichts mehr anfangen kann. Okay, Kollege, chill. Holy shit. Okay. Alter, alle Sperrkämpfer in diesem Turnier sind ja absolute Schwitzer. Holy shit. Oh, das gibt so wenig. Das ist so pisswenig. Sekunde, mal ganz kurz. Ah, ja, okay. Ja, 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 ja. Ah, never mind. Man startet einen trotzdem mit. Mit dem, was man hat. Und, oh mein Gott, man ist ja auch hier so am Arsch, der Heide. Oh mein Gott. Voll sei. Ich komme hier nicht mehr raus. I'm fine. Also mir geht's gut soweit. Productive day. Ich habe jetzt in meinem Wohnzimmer tatsächlich auch Gardinen hängen. Ja, ja, stimmt. Jetzt wo du sagst, wenn du verlierst, wirst du geheilt. Beziehungsweise wirst du zu dem Punkt zurückgebracht, wo du halt aufgehört hattest. Aber Ah, ja, der Typ. Wenn man gewinnt, dann bleibst du mit dem, was du hast. Das war schon immer cool. Das war schon. Ach, blamieren tust du dich mit dem Bad schon selber. Was ist mit seinen Augen? Ja, ich habe gerade irgendwie an die 60 platt gemacht, ohne irgendwelche High Items. Gesetzloser. Streicht einfach das Gesetz aus dem Wort und alles, was bleibt, ist Loser. So, einmal ganz kurz, aber bevor wir jetzt hier die Leute zu Pappmaché verarbeiten. Seems handy. Oh. Ich vergesse mal, dass wir das tatsächlich können. Nice, nice, nice. Ah, nice, ja, das ist der in Reminders. Majestätische Zerstreuung. Ich habe zuerst Majestätische Zerstörung gelesen, aber ey. Wisst ihr was, wir machen das mal gerade ein bisschen anders. Ja. 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 Komm! Das kann doch nicht wahr sein. Wie oft soll ich das denn noch machen? Pauls Design in Tekken 8. Yes. Tatsächlich, ich mag es. Ich mag sein neues Design. Ich mag es nicht so gut. Ich habe auch noch keine Ahnung, ich mag nicht. Ich bin aber auch noch ein neues Design. Aber ich bin nur ein neues Design. Ich mag alles aber auch einen neuen neuen Team. Ich mag das nicht! Ich habe es nicht angegeben. Ich habe es auch nicht. Ich habe es auch nicht. Das klingt nicht unbedingt nach... Ich denke, ich habee eine letzte Entscheidung, dass mir lest. Hier wird es nur ... Das war er. Ich bin in diesem Moment und ich bin in diesem Moment, dass mich da wundervere, auf Kota aufgehalten wird! Es ist켜 вам ... Ich kann nicht glauben, dass das wirklich funktioniert hat. Selbst du? Ernsthaft? Ich muss ein bisschen Geld ausgeben, damit man wieder High-Items zu einer Hand hat. Das Problem ist, die, die wir jetzt so holen können, die bringen uns nicht mehr so viel. Hä? 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 Nice. Bin ich jetzt in der Kaserne rein, zufällig? Das wäre gar nicht mal so uncool. Ah, close enough, though. Haben wir auch noch eine Substory offen. Oh Gott, es ist hier so ruhig auf einmal. Okay, können wir überhaupt noch mal? Ich habe schon die Fürchtung gehabt, dass wir das jetzt gar nicht mehr machen können. Einmal voll machen, bitte. Komm, eine machen wir. Je nachdem, wie lang die jetzt sind. Mal gucken. Fünf fehlen hier noch. Das bringt aber auch immer weniger, gefühlt von... Also, immer das Gleiche, ne? Ja, das wollte ich versuchen. Wie geht's denn noch? ich habe euch gar nicht mit brawler anzufangen man kann die alten mission wiederholen ja ich denke auch er ist cool ich glaube den move muss ich machen für dings für das eine buch das ist so wenig mittlerweile was war das oh mein gott oh mein gott ich bin fast tot so erstmal gib mir mal bitte den tiger drop tiger drop activated was war das jetzt hier r1 vier gegner richten und dann okay was wollte ich alles so gar nicht was war das Nee, Fart. Spinn! Gott, sind die alle tanky hier. Ich wollte gerade sagen, ich hatte noch einen Gang noch nicht geguckt gehabt. Nice. Oh, Schwerter. Oh, 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 oh. Was kommt denn der Vogel jetzt her? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war's für heute. Was man immer sehen kann, wie lange du brauchst, um diese Revelations freizuschalten, das ist so ein bisschen frustig. Ja, ich sollte das hier nicht machen. Funktioniert hier vor allem auch irgendwie nicht. Natürlich. Ah, die Missionen sind echt frustrierend. Es ist einfach so dieses Labyrinth-Prinzip, immer und immer wieder. Ja, wieder typisch. Einer sagt Eu und alle müssen Eu sagen. Ah, nee. König der Bestien, Alter. Jetzt kriegen wir ja... Some nice shit. Oh, ah. Hallo? Der existiert ja teilweise gar nicht. Alter, der schummelt. Der hat an. Der hat an. Der hat an. Diese Missionen dauern teilweise so lang und sind so repetitiv leider. Uiuiui. Ja, und dann geben sie mir so jemanden. Then again, die Waffen, die ich hier bekommen habe, die sind es gut wert. Also dafür kann ich gut Geld machen wahrscheinlich. Speertruppen. Yeah, no, I'm not dealing with this shit today. Ich finde die Kasernen-Missionen leider so unnormal langweilig. Es ist jedes Mal derselbe Dungeon, es ist jedes Mal dasselbe Labyrinth. Es ist leider echt boring auf Dauer. Das kannst du für zwei, drei Missionen dir geben, aber... Es ändert sich ja halt leider auch nichts. Das Layout ändert sich ja leider nicht. Die Gegner ändern sich nicht wirklich. Außer es halt mehr Tanki werden, aber... Das war es auch schon wieder. Das war es auch schon wieder. Ach ja, der Kerl. I remember. Bier. Oh shit. Hahaha. Oh. Das ist noch eine Love Story. Was haben wir denn heute mit der Art von Stories? Dono? Das weiß ich auch gar nicht mehr. Oh. 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 Das ist so ehrenwerte Endung. Ah. Ich glaube wir gehen mal zum Funthouse. Es gibt so ein paar Sachen die wir glaube ich gut verticken können. Ich glaube zum Beispiel das Schwert Kirch der Bestien ist mächtig was wert und da haben wir absolut keinen Gebrauch für. Weil aktuell brauchen wir erstmal Geld. Bevor wir halt mit dem Schmied irgendwie leveln können brauchen wir erstmal Geld. Und ich würde sagen wir gehen auch gleich bald mal doch nochmal zu Haruka weil ich brauche mal wieder ein paar Sachen die mich ein bisschen mehr heilen als das was ich hier in Läden kaufen kann. Aber bist du... Oh ja. Ne. Bist du gar nicht. Oh ihr seid alles Zeitverschwendung. Löschen. 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 Das sieht so cool aus, dass wir da als Legendary Staunt da haben. Ah ja, hier. Außerdem muss ich mal die ganzen Schwerter verkaufen, die ich die Leuten abnehme. So, das Ding wollte ich ja noch behalten. Ewiges Gold behalten wir. Das Ding haben wir, glaube ich, gerade gefunden, oder? Ne, das ist das andere Schwert, was wir hatten. Das ist trotzdem 13 Rewe, aber brauchen wir das? Den Kugelschlitzer brauchen wir eigentlich auch nicht mehr mittlerweile. Ne, den spenden wir aber. Das ist das Schwert von ISO. Ne, das verkaufen wir nicht. Ehre. Das Ding haben wir gefunden. Das Ding haben wir gefunden. Das Ding brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Ich lasse das mal lieber gerade noch hier. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Was? 35 Rewe? Ist das Ding wert? I'm selling that. Das Ding ist noch minimal besser als das, was wir haben. Und die vier Slots sind es jetzt nicht unbedingt wert. So, ich muss jetzt einmal in meine Ausrüstung gucken. Oh, wir könnten aber für 24 Rewe das Schwert von ISO upgraden. Das ist ziemlich cool. Das Problem ist... Es wäre okay. Aber ich würde das Ganze jetzt sowieso gerade viel erstmal das Geld dafür benutzen, die Miete abzubezahlen. Ach ne, guck mal. Das Ding haben wir ja gerade. Das Ding benutzen wir ja gerade teilweise. Also wenn wir uns das irgendwann holen wollen, haben wir das sowieso. Also brauchen wir Eleganz gar nicht mehr. Davon mal abgesehen. Das werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal nicht. Irgendwo noch einen Eisenschleifer gefunden? Scheinbar. 10 Rewe ist halt eine Menge Geld. 54, Alter. Damit können wir erstmal gut Miete abbezahlen. Das machen wir auch. Weil ich wollte tatsächlich lieber, ähm... Dass wir sehen, wohin das mit Haruka geht. Das interessiert mich gerade tatsächlich mehr. Ja, ergo... Na ja, erstmal du. Komm, wenn wir gerade schon mal hier sind. Ja, du hast gekämpft. Du bist cool. Äh, ich gebe dir eine Gurke. Du musst doch mal langsam... Der Typ braucht so viel. Also entweder liegt es daran, dass ich ihm legit... Festes Wasser gebe jedes Mal. Oder das dauert wirklich so lange, bis der mal fertig ist. Alter, da ist auch noch eine Sub-Story, die wir machen könnten. Nur mal kurz. Ich spende noch ein, zwei Sachen. Nämlich... Den Kugelschlitzer brauchen wir nicht mehr. Und Eleganz brauchen wir nicht mehr. Das Ding werde ich eh wahrscheinlich nie benutzen. Da war... Da war... Where do I got... Where did I got that? Das gab gute Erfahrung. Wow, 9% Volkschance. Wow. Wir müssen noch bis Level 10 kommen, damit wir die Variante B kriegen. Und dann gibt es noch Variante C ab 15. Und dann gibt es noch ein paar Jahre. Das takes ages. Ich meine, gut, wenn ich dem wahrscheinlich etliches an seltenen Schwertern bringe... Wir können zweimal Miete zahlen. Damit müssten wir 60 Rio bezahlt haben. If I remember correctly. Also wenn die wirklich die kompletten 100 wollen... Dann dauert das noch ein bisschen. Vielleicht sollte ich jetzt nicht... Okay, never mind. Alles gut. Hä? Oh. Guck mal, das ist doch nochmal Easy 2 Rio. Dass der jetzt hier auf einmal auftaucht. Großmann mit dem großen Speer. Ach ja, stimmt ja. Stimmt ja. Der hat mir ja so eine olle Pisswaffe gegeben. Der hat mir ja nicht mal was Vernünftiges gegeben. Genau wie Daigo looking ass. Alter, ernsthaft? Hast du ihn einfach gehen lassen? Oh. Mal ein bisschen schlau. Wir holen so mal ein paar Fische. Ich habe keine Lust zu angeln, to be honest. Also nach spezifischem Fisch. Oh, die Lose können wir ja auch mal wieder einlösen. Vielleicht haben wir das Glück. Ich hab's. Seid ihr... Nope. Nope. Nehme ich auch. Gibt minimal health wieder. Come on Big money Oh well, whatever Wo bist du denn da jetzt? So, yeah, thanks Jesus Uns fehlt legit nur noch Also wir können jetzt noch mal andere Truppen quasi machen Einfach damit die nebenbei leveln wahrscheinlich Ja, viel fehlt uns nicht mehr tatsächlich Was ein nettreizendes Arschloch Sollen wir nochmal Komaki versuchen? Nee Eigentlich seid ihr es nicht wert Das hat fast alle weggekillt So und du gibst mir doch bestimmt jetzt Ist es das? Ja Endlich Oh, es ist der Slap Boah, der super, super Slap Den kenne ich sogar noch So, dann gehen wir nochmal zu Haruka Allein schon um einmal den Die Miete zu resetten Jetzt haben wir halt hier drei Hunde, ne? Und drei Katzen Die Finger Gun Die Finger Gun Die Finger Gun Ach guck mal, ich kriege instant schon wieder Weißt du Hab nicht mal einen Tag gelebt Aber direkt wieder Miete zahlen sollen Das sind mir die Liebsten Ja, aber ich renne jetzt gerade nicht nochmal zurück Ich dachte, ich sollte auch zu ihr Davon kann ich so einige machen Oh nein, Würze Die heilen halt mehr einfach als das, was ich mittlerweile kaufen kann Boah, noch mehr So kriegen wir aber die Die Bindung nochmal voll By the way Was soll ich jetzt genau hier Ich bin jetzt bei ihr Aber irgendwie Das Spiel weiß, dass das eine Side-Story-Episode ist Deswegen kommt hier einfach nix Hau einfach alles rein Noch mehr, holy shit Und Meisterkoch, nice Und ich bin Platin wieder ein Stück näher I mean, seriously Sollte mich zu Hause bei Haruka melden, soll ich noch Zeit dazu haben What the fuck do you want me to do here Don't worry, Haruka Ja, das ist für Miete Ich will wissen, wohin das noch geht mit ihr Ich möchte die Haruka-Substory noch fertig haben Oh, mein letzter Knoblauch Ich muss mich schon wieder mal rasieren Aber mein Gesicht juckt schon wieder so komisch Oh, geh voll Hier ist nicht erst am Tag I don't know Könnte erklären, warum das Spiel wollte, dass ich weiß, wie Die, ähm Ja Ne Das ist sehr gut Dadurch haben wir jetzt nochmal eine Miete verdient Von den ganzen Tugenden, die wir jetzt schon wieder bekommen Mal ganz zu schweigen Oh ja, jetzt wollen sie wieder die Sachen, die so richtig viel wert sind Ja, das schicken wir nochmal los Das ist gutes Geld Yeah Jetzt kommt leider wahrscheinlich nochmal die Ginseng-Bestellung Das ist auch immer was Ja, das ist immer dasselbe Ein einzigen Ginseng Und das gibt mir zwei Zwei Rio Alter Ihr könnt all mein Ginseng haben, wenn ihr wollt Vermehenbetrieb ist auch abgeschlossen Das ist auch nochmal 12.000 Tugend Ja, und jetzt sind wir wieder bei den Bei den Babysachen Ab einem gewissen Punkt Rotiert das ja halt durch Das heißt, selbst wenn wir jetzt noch zweimal Miete zahlen Dann werden wir noch sieben Rio offen That's pretty nice Aber trotzdem nochmal ein, zwei Sachen nochmal kochen Und den Rest Kaufe ich mir zusammen, I guess Zweimal kann ich das noch machen, guck mal Ja, das machen wir dann Joosh Scheiße Unterwürzt Naja Man kann ja auch nicht mehr nachwürzen Das ist unmöglich Ach komm Ich sag ja, nachwürzen unmöglich Absolut unmöglich Geht nicht Du kannst deinen Arm nur einmal um den Winkel drehen Okay, ein bisschen muss ich doch noch machen Ich will die Tugend Ich will ihr Dings noch Ich kann aber auch nicht mit ihr reden, ne Ich geh jetzt mal ein Bad nehmen Erstmal heilen Ich sitze in meiner Tonne Tatsächlich Äh, äh, like a dragon Äh, Ishin frisst gar nicht mal so viel So wie ich das, äh, gehört hab Hä? Oh Gut, dann mach ich halt nen Salat Mach so lange Salat, bis sie mich lieb hat Der kaum mehr Krise Zero handelt Ja gut, dann Jetzt mittlerweile sind ja auch die ganzen Preise wieder Ein bisschen humaner geworden, was das angeht Oh, come on, almost Just a little bit more Ja gut, da werden kann Ich will gut Okay Na One Ja, komm! Zur Not schicke ich noch weiter Gemüse los. Habe ja auch kein Problem mit. Aber das wäre an sich doof. Weil so kriege ich noch ein paar High-Items dabei rum. Okay. Haben wir den gesamten Spießfisch gegrillt. Auf einmal. Und nochmal. Fisch gegrillt wäre sogar was für mich. Das reicht nicht. Gut, dann schicke ich das leider nochmal los. Es tut mir leid, Haruka. It has to be this way. Hell yeah. Und jetzt soll ich so reden tun? Sag mal, was fällt dir denn ein? Vielen Dank. Ihr trennt die Betten. So muss es sein. Das nennt man Insomnia. Das ist ungesund. Das ist ein bisschen süßes. So, so... Aber ich habe das Gefühl, dass ich das so fühle. Ich wusste, dass ich nicht so, wie es sein ist, was ich nicht so gut wusste. Hä? Was ist das? Ich habe mich nicht so, dass ich nicht so, wie es sein ist. Ich habe mich nicht so, wie es sein ist. Das war nicht so, was ich gesagt. Ich habe mich selbst zu fühlen. Ich habe mich selbst zu fühlen. Ja, ich denke, dass ich mich selbst zu fühlen war. Aber ich habe mich selbst zu fühlen, dass ich mich selbst zu fühlen. Ich habe mich selbst zu fühlen. Ja, ich habe mich selbst zu fühlen. Ich habe mich selbst zu fühlen. Ich habe mich selbst zu fühlen. Wenn ich mich nicht mit dem Freund zu treffen, dann hätte ich auch so sein. Wie ist es? Was ist das? Aber zu spoilern, fach ich mich mit dir? Ich habe mir, ich habe mich selbst zu fühlen. Wer ist in der Zuhause. Ja, das ist wenn Leute zu treten. Das ist das, was wir immerunig daran sein. Das hat mich besucht. Das ist die meistenrein, die mein Leben der Familie. Oh! Überwiegend Mietezäun. Devin Diesel würde einen Autofilm deswegen machen. Okay, wat? Hä? Ja, das ist jetzt alles was ich soweit... Na gut, außer das ganz große Haus. Ja und jetzt fehlt uns nur noch hier. Obwohl ich das Gefühl habe, das tut gar nicht wirklich was. Ich finde das gerade merkwürdig. Das... Was möchte denn das Spiel? Möchte das Spiel, dass sie das nur tagsüber machen? Oder was ist das? Nö, das war das scheinbar schon. Was sollte das denn jetzt nur genau? Ja nö, weißt du was? Ich habe die Idee. Pass mal auf. Wir werden noch rauskriegen, wie das Ganze ausgeht. Ich habe nämlich auch die Idee. Ich werde dafür zwar eine Sache aufgeben müssen, aber das ist es mir wert. Pass mal auf. Warte mal, ist das ein... Oh, du kommst gerade rechts hier, mein Freund. Komm mal ganz ran hier. Du hast... Oh, du hast ein Schwert, der ist gut. Das möchtest du mir doch ganz bestimmt geben. Das möchtest du mir doch ganz bestimmt geben. Dachte ich es mir doch. Und dann ist das Müll, ist das? Was? Aus dir mein Schicht geboren. Kannst du das einfach nicht haben, weißt du? Kaum kann man den Leuten ihren Kram abnehmen. Da haben die nichts mehr in der Hand. Geh doch mal bei... Geh doch mal jetzt hier. Hier hast du. Du Quacksalber. Entschuldigung, wir haben noch 40. Pass mal auf, ich habe die Idee, du. Du, Humblemann, du. Ich habe das sogar at ready. Die 20 Pfennig kannst du jetzt schon haben. Und ich schlafe vorne ein bisschen hin. Ne, pass mal auf, ich habe die Idee. Aber erstmal... Erstmal müssen die Dödel dran glauben. Ist es das schon? Das ist das schon. Das ist das schon. Wieso geht das denn so simpel jetzt? Ach, so scheiße. Ach, so scheiße. Und weg mit dir. Bist du das Pfandhaus, Janik? Ja, du bist das Pfandhaus. Pas auf, Leute. Wir bringen jetzt ein Opfer. Wir bringen jetzt ein Opfer. Seht ihr das hier? Jetzt haben wir genug Geld, um Harukas Steuern zu bezahlen. Das Schwert, das kann ich auch wieder neu machen. Das ist nicht das Problem. So was kann ich auch wieder neu machen. Guck mal, Ron, hier. Guck mal. Guck mal. Das möchtest du mir doch bestimmt geben. Gib mir das. Gib mir das. Gib mir das, habe ich gesagt. Ich habe gesagt. Ich habe gesagt, du sollst mir das geben. Hörst du schwer? Gib mir das jetzt. Gib mir das jetzt. Letzte Chance, Kollege. Ich mache Sashimi aus dir. Du möchtest das nicht loslassen, nicht? Gut, fair. Wie du möchtest. Olle Pappnose. So. Ähm. Genau. Jetzt müssen wir immer wieder hin und zurück und hin und zurück. Aber wir haben genug. Ich will nämlich wissen, wohin das geht. Bevor wir denn... Dann können wir nämlich nächstes Mal komplett ungestört die Main Story fertig machen. Basically. Ich habe so das Gefühl, das müssen wir hier jetzt... Ich habe so das Gefühl, das müssen wir hier jetzt... brauchen. Also das... Also das... Ich habe das Gefühl, es bringt gar nichts mehr wirklich. Mal erhöht das... Ding. Aber jetzt nicht wirklich nennenswert. Ich will jetzt mal wissen, wie sieht unser Haus eigentlich aus? Haben wir ernsthaft gerade wieder 3000 bekommen? Dafür? Oh. Oh. Oh, fuck yeah. I like that. Das ist das teuerste Ding gewesen. So. Jetzt müssen wir also immer wieder ein bisschen hin und her pendeln. Luxusbude hier. Ohne Scheiß. Ich würde mir ja echt gerne an sich ein Bart wachsen lassen, ne? Ah, mein Gesicht juckt immer so dabei. Ich weiß gar nicht, was ich dagegen machen soll. Irgendwie nix hilft dagegen. Mäßig, wenn nächste Zahlung fällig ist. Also in zwei Minuten. Geiz lab. Geh mal hier lang. Ich dachte mir, wir können noch mal wen rekrutieren, maybe. Ah, ne, ihr seid unrekrutierbare Loser. Na, meistens rocke ich so diesen Drei-Tage-Bad, so diesen Drei-Tage-Schatten, sag ich mal. Oho. So, letzte Miete. Was ich jedes Mal wieder dahin zurückrennen muss, Alter. Ich hätte ihm das gesamte Geld auch so instant geben können, like. Ne? Wir haben aber auch Mad Cash gemacht, also... Das nur, weil wir in der Kaserne so ein paar relativ gute Schwerter gefunden haben, auch. So ein Whitebeard-Schnauzer. Mit oder ohne Loch in der Brust. Rekrutierbar? Nö. Rekrutierbar? 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 Hecht. 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 Ja? Oh, okay. Weltbester Onkel Nice Das war's, mehr, 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 kommt da nicht? Mehr gibt das nicht? Das mag ich nicht glauben, warte mal Ich erwarte, dass vielleicht nochmal irgendwas kommt, irgendeine Kleinigkeit Das war's, mehr, mehr, longer Ja, das war's Oh! Oh. Da ist echt nichts weiter? Die Innereinrichtung im Landhaus geändert. Ich habe doch die Innereinrichtung schon mal geändert. Ich wollte das letzte aber lieber. Mach das Spiel jetzt auf Platin. Die Innereinrichtung. Zehn Review am Udan Stand verdient. Puh. Was eilen die dann getanzt? Auf fünf Hühnerinnen gewettet? Ne, das sind Sachen, die kriegt man noch. Die kriege ich früher oder später eh noch. Wisst ihr was? Wir spielen jetzt noch eine Runde Mai Yong. Und dann sind wir gut. Gut. Dann können wir glaube ich entweder... Ich weiß noch nicht. Ich glaube morgen noch nicht. Wobei, warte mal. Wenn ich jetzt... Morgen, ich übermorgen, dann ist das noch Samstag. Das Finale ist Samstag, wenn wir übermorgen streamen. Das wäre gar nicht mal so doof. Warte mal, ich muss ja... Was? Was? Das ist jetzt auch noch nicht... Wer bist du denn jetzt? Ich versuche mal Tiger Drops zu kriegen, aber... Das Tiger Drop Timing ist... Sehr... Sehr eng. Wackelig. Ja, ne, das ist... Ich bin gewöhnlich dran. Das ist einfach nur Brawler. Oh ey! Was ein Zufall. Hier wollte ich sowieso hin. Und nochmal zwei. Nice. Ja gut, dann können wir jetzt ja... Ganz easy... Wir haben uns sogar die... Die Fahrkosten gespart. Können wir nochmal ganz entspannt Mayong spielen. Hab ich Bock drauf. Nochmal richtig schön Mayong genießen. Mal wieder rauskriegen, wie ich hier runterkomme. Da. Ah, nochmal ne fortgeschrittene Runde. Fortgeschrittene Dunkelheit Let's go Yo Yo Killerhand Hot damn Wenn jetzt einer einen roten Drachen ablegt, ist Sense Und das ist so ein Teil, den musst du irgendwann loswerden Da ich zwei davon hab, ist es ein totes Teil Ernsthaft? Frieden? Nee, Frieden gibt das hier nicht mehr Nicht nach... Alter Junge, Frieden hast du verspielt Das ist ja wohl nicht euer Ernst Ich hatte so eine Killerhand, ne So eine absolute Killerhand Und das Spiel so Näh Das können wir dich nicht haben lassen Ja, den hätte ich eben gerade gebraucht Warum nicht? Das ist auch ein Satz Und das ist auch ein Satz Und das ist auch ein Satz Oh, das ist auch ein Satz Hätte ich auch genen können, technisch gesehen. Das ist ein totes Drehort. Scheinbar für alle. Das waren alles Noten. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Mhm. Ah, that's better. Ist das schon? Almost. Ja, gehen wir für... Gehen wir für los. Dafür geht die Runde schon. Da sind wir schon zu tief drin. Oh, Mann. Dankeschön. Gut, dass du das warst. Dich hatte ich sowieso abgesehen, du Lappen. Das ist nicht viel, aber es ist etwas. Es ist deinem Geld. Okay, dann. Pantoffelheld, Alter. Wenn ich das da schon lese. Warum ponne ich das eigentlich die ganze Zeit? Bin ich denn bescheuert? Ah, das ist's. 5, 6. Dankeschön. Ich nehme das Geld gerne. Ist nicht viel. Aber ey. Wir haben so viel Profit gemacht. Komm, noch eine Runde. Let's go. Also entweder ist die KI in dem Spiel hier ein bisschen dämlich. Oder ich bin einfach nur ein Mayong-Gott. Kann? Kann? Nee. We don't. We don't do that. Kann ist cringe. Kann? 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 Halt 1 ist an sich doof. Jetzt kriege ich aber auch gerade hier Duplikate und Sachen, die echt useless sind. Ein Wunschcharakter für Tekken. Kiryu. Will never happen. But. Ich lasse mich gerne positiv überraschen. Jetzt machen wir einen neuen offen. Kann ich die spielen? Ja, kann ich. Come on. Nein! Warum? Ist das erste Mal, dass ich geronnen war? Von dir? Ist mir Richie gecallt, Junge. Sieben Pa... Oh Gott. Zum Glück nur sieben Paare und nix wirklich dabei. Können wir davon erholen. Oh. Oh. Ja. Damit sogar sehr. Nee, nee. Tatsächlich nicht. die kann tatsächlich bleiben der weiße drache kammer weg no no sun laser 55 noch ist auch noch ich dachte gerade das ist fucking majima der da sitzt von der stimme her kein grüner drachen gefallen jetzt ist einer gefallen come on bambus 6 sumo big money nice oh stimmt weil ich im osten bin das ist wieder so eine relativ gute hand could go for the same shit could just go for the same shit at this point nah 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 where we go for that naja da seh ich schon ist das ne 7 7 ist noch offen 3 4 natürlich genau die die ich abgelegt habe let's go for lucky four let's go das hat doch bestimmt einer von euch netten kollegen hier nee nicht Richie das machen wir hier nicht danke schön wieso der hä ich habe zuerst gedrückt du pansen klaut der mir mein geld frechheit da war mein geld geklaut der penner nee we don't see that dat zien wir nicht nee we don't see that dat zien wir nicht shut the fuck up majima sounding ass das ist ja oh come on nicht du schon wieder meins gestohlen so final round ich habe einen guten lead aber es ist mal jung das kann sich alles jetzt in der runde sogar noch ändern wow ernsthaft du jetzt schon Richie das ist doch Betrug betrügst doch sei doch herrlich das Problem ist halt ausgerechnet eher das ist ungemütlich das ist sehr ungemütlich das ist safe ich hoffe es ist nicht zu viel ich hoffe es ist nicht zu viel ichNeidora ja man nix ich gewinne trotzdem Shit, aber es geht noch weiter. Saß der echt gerade in dem Moment? Ja, natürlich saß er da. Oh, wie bitter. Ach, Mann. Sicher gar nicht ein jetzt. Das ist nochmal wieder ein wunderschöner Lauf für All Doubles. Ich wäre ja ein Dödel, das nicht so zu machen. Was ist mit denen? Sind auch noch alle offen. Fünfen? Fünfen sind auch noch alle offen. Das ist ja doof jetzt. Okay, der hat auch eine 8 abgelegt. Das ist gut. 9 ist nicht so dolle. 2, 2 kann auch weg. Nein, we don't. No sun laser. 3 ist schon eine raus. Let's go. Dankeschön, mein treues Zerspender. Abgezogen. Yo, 200k. Cash out. Oh, wisst ihr was? Oh, ich hab ne Idee. Ich weiß, was wir jetzt machen. Jetzt wird richtig reingecached. Watch this. Alter, watch this. Jetzt cashen wir richtig hart rein. Ich glaub, das reicht vom Geld her sogar. Pass auf. Gewinner eintauschen. Platinteller. Ja, was sollen wir sonst andere so holen? Danke, my young man. Cockrun? Nah. Mach, glaub ich, gleich bald Feierabend. Ich werde jetzt den Teller nochmal eintauschen, weil wir wissen, wie viel der Platinteller bringt. Das interessiert mich jetzt mal. Und dann können wir uns nämlich jetzt Donnerstag komplett darauf konzentrieren, dass wir... Werde ich euch rekrutieren? Nein. Unnötig. Unnötige Menschen. Gut, ich hab ihn mir ja noch nie durchgezwängt. Ne, falsch. Oder? Doch, hier. Ja. Ihr wollt doch nur, dass ich mein Kram nicht verkaufe. Das ist ein Kram nicht aufgerufen. Denkt dran, wir haben... Was hat mir da ausgegeben für die ersten Mayong-Dinger? Irgendwie einen Rio und ein paar zerquetschte? Ich verkaufe den Regenwurm, Alter. Wow, und der Platin-Teller ist 3 Rio und 7500 wert. Also haben wir einen Profit von 2 Rio gemacht. Über sehr lange Zeit. Progress durch, äh... Durch Dings. Durch Mayong. Very slow progress. Ich denke mal, die haben das einfach generell so gemacht, dass du halt nicht... Dich nicht komplett durch Mayong totgrinden kannst, was Geld angeht. So, ich will noch mal kurz gucken, ob ich jetzt, ähm... Ob ich noch irgendwas herstellen kann, was uns eventuell nützlich ist. Nochmal gucken, ob wir irgendwas machen können. Und dann machen wir, glaube ich, auch Feierabend. Weil für die meisten Sachen brauchen wir halt schlicht und ergreifend... Ja, das... Das Level. Wir könnten das Schwert, wenn wir das Geld hätten machen, aber... Das sehe ich nicht. Selbst wenn wir es... Auf so machen, ist es nicht mal auf 800. Das ist schwächer als alles, was wir haben. Und der Gift-Aspekt ist, glaube ich, auch nicht so pralle. Aber ich merke gerade, ich kann sehen, welche Schwerter ich besitze. Es wird angezeigt. Ja, guck mal, hier kommen wir auch nicht weiter. Goldschwert. Also, Schwerter können wir nicht wirklich machen. Da fehlen uns die Mittel. Aber... Wir haben ja jetzt aktuell den hier. Auf... Oder auf optimal, glaube ich, sogar. Ich glaube, wir haben den ziemlich hoch. Also, 3,30. Ja, wir können höchstens Modell 2. Und Modell 2 ist schwächer. Das hat auch so wenig Damage. Hoheit. Das Geld haben wir leider nicht. Das Geld haben wir leider nicht. Über... Achso, das geht von dem Tree aus. Wir haben auf jeden Fall mehr als genügend Hammer. Seelenschlag. Wisst ihr was? Ich hole mir mal kurz einen improvisierten Revolver. Ich bin sofort wieder da. Zum Glück ist der Laden hier gleich gegenüber. Nice hat er sogar. Das ist vor allem einfach so ein Stand, weißt du, du kannst einfach eine Knarre kaufen. Was ist das hier? Wal-Mart? Amerika oder was? Genau, jetzt brauche ich den hier. Die Schnellfeuerpistole. Alles klar, Yamaru. Ich mache jetzt heute auch nicht mehr so lange. Tag ist ja auch schon lang. Und jetzt, wenn ich noch 5 Rio hätte, könnte ich mir das hier holen. Könnte ich mir Herzschlag holen. That sounds like a nice gun. Kommen wir noch irgendwie an 5 Rio schnell? Kommen wir noch irgendwie schnell an 5 Rio? Bestimmt. Ich gehe nochmal zum Pfandhaus. Ja, ihr seht nicht aus wie 5 Rio. Äh, falscher Laden. Ah nein, nicht, nicht Dinge. Dinge verkaufen ist cringe. Bring mir vor allem nichts. Was sind 2 Rio? Ja, eine Bündelklinge. 2 sogar. Verkaufen wir es? Wir können es wieder neu bauen. Weil aktuell, wir rennen entweder hier mit rum oder wir rennen mit Muramana rum. Ja, die können wir halt auch verkaufen. Einmal auf jeden Fall. Ja, das ist nicht genügend Geld. Das bringt uns nichts. Ich renne entweder eh mit dem, ja mit Muramana rum, wo Lifesteal hat oder mit dem Feuerschwert. Und mit dem Feuerschwert habe ich ja sowieso noch Ideen. 20 Rio schon wieder. Du kriegst so viel durch Schwerter in diesem Spiel. Einfach indem du dein Kram verkaufst. Das Ding ist jetzt schon auf Hochwehr, auf Dings. Ne, warte mal. Das ist jetzt sogar schon auf Hochwehr. Also kommt es jetzt auf 3,80. Wenn wir es dann komplett, ist es sogar... Das ist doch gar nicht mal schlecht. Ja, das ist ja unnötig. Das können wir auch so machen. Look at this. Jetzt schon stärker. Vielleicht klingt die jetzt auch mal besser. Ich brauche mal gerade nochmal schnell Freiwillige aus dem Publikum. Ich will das einmal ausprobieren. Ach, guck mal. Smug ass. Also erstmal nehme ich dir dein Schwert weg. Sofern du das mal lässt. Magst du das jetzt mal? Dankeschön. So eine Bündelklinge. Ja, klingt jetzt nicht. Okay. Yo. 150 für so einen Charged Shot Das ist gar nicht mal bad So, aber immer jetzt Freude feiern, jetzt genug Beim nächsten Mal Geht's denn zum Finale So die letzten zwei Kapitel Da wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger gehen Wahrscheinlich In dem Sinne Wünsche euch noch einen schönen restlichen Abend Eine schöne gute Nacht und vielen Dank fürs Einschalten Bis dahin, ciao Leute